Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 17. Februar 2019. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Ihr werdet es kaum glauben, aber wir waren im Kino. Ja. Ja. Böse Zungen würden behaupten, wir haben nur so lange gewartet, bis das Wetter wieder schön ist. Ja, dass wir uns wieder in dunklen Räumen verkriechen können. Genau, damit wir uns wieder vor der Sonne verkriechen können. Und demnach haben wir heute das Kino besucht. Und zwar erstmals eines in Passau gibt es ja mehrere. Und eines, das lange Zeit kein Kino mehr war. Ja. Hat jetzt vor kurzem, ist ja auch gut gesagt, ich glaube vor etlichen Monaten schon. Ja, aber wir sind ja voll die Szenegänger, deswegen ist es einfach so an uns vorbeigerauscht. Komplett vorbeigegangen. Nee, da hat das Proli wieder aufgemacht. Das kommt übrigens von Promenadenlichtspiele. Aha. Und das ist nur ein Kinosaal, aber der ist hochmodern ausgestattet, haben wir festgestellt. Das ist der Wahnsinn, ja. Und wir waren da sehr, sehr angetan. Und ja, das ist halt so ein kleines Café, wo man sich schon raussetzen kann und auch, wo die Leute quasi am Innenufer entlang flanieren. Dementsprechend ging es dann auch zu, als wir rausgingen. Wir waren relativ zeitig schon drin. War eine gute Uhrzeit, halb eins. Und ja, aber was haben wir uns denn angeguckt? Ach so, was wir uns angeschaut haben. Ja, und zwar Green Book. Green Book. Genau, und das ist ein Film von? Das ist ein Film von Peter Farrelly. Farrelly, genau. Farrelly, genau. Das ist jetzt schon der zweite Film, habe ich jetzt gerade eben noch gelesen, den er ohne seinen Bruder gemacht hat. Ah, ja. Weil, vielleicht kennt ihr den Namen oder er kommt euch bekannt vor. Mir kam er dann auch bekannt vor. Und als ich dann gesehen habe, was er für Filme gemacht hat, da hat es mich dann schon etwas verwirrt, dass er jetzt so einen Film macht. Also Green Book, weil das jetzt wirklich was völlig anderes ist. Also in der Vergangenheit hat er mit seinem Bruder halt zum Beispiel Dumm und Dümmer und Verrückt nach Mary. Hat nämlich auch Shallow Hell, also dieser Nach sieben Tagen ausgeflittert. Nee, mit der Gwyneth Paltrow und Jack Black hat das, das haben da auch die Freddy's gemacht, oder? Ja, das ist mit dem, wo sie so Wie heißt der im Deutschen? Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Aber ich weiß, was du meinst. Jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder. Shallow Hell. Shallow Hell. Ja, aber Dick verliebt? Nein, auch nicht. Schwer verliebt. Schwer verliebt. Genau, dick verliebt. Dick und schwer. Also fast dasselbe. Ja, wie gesagt, die Pharelli Brothers waren so in den 90ern eigentlich schwer dafür bekannt. Eher so die derben Komödien, so machen bei dem die ein oder andere lustige, der bei Wartum und Dümmer mochte ich damals sogar. Ja, schwer verliebt mochte ich auch. Ja, war auch lustig. Und nach sieben Tagen ausverflittert, den habe ich sogar im Kino damals gesehen und da habe ich mich schon fremd geschämt. Also teilweise. Aber eine Szene gibt es mit dem Esel, die ist ganz schlimm. Die habe ich nicht gesehen. Nee, das muss man auch nicht. Also aber umso verwunderlicher ist es ja, dass sich zumindest einer der beiden jetzt einem nicht ganz Humor befreiten, aber doch eher ernsten Genre zugewandt hat, nämlich eine Tragikomödie. Und Golden Globe nominiert. Also und gewonnen. Gewonnen sogar. Golden Globe gewonnen hat. Ich glaube. Film. Bester Film. Hauptdarsteller. Wie Gommor. Nebendarsteller. Aber bevor wir jetzt hier kreuz und quer nach durch die Gegend werfen, würde ich sagen. Sag ich mal loslesen. Loslegen wir in den Fakten. Genau. Loslesen. Lies mal los. Ich lese mal los. Und zwar, der Film ist aus, wir haben jetzt 2019, er ist aber aus 2018, also Produktionsjahr. Er geht sage und schreibe zwei Stunden und zehn Minuten, die man finde ich überhaupt nicht merkt. Also das geht locker von mit einer Arsch Hälfte weg. Kannst du den absitzen? Ja, das konnten sogar unsere Blasen aushalten. Wieso? Wir haben schon gut trainierte. Nur nachts werden sie immer wach. Unsere Blasen. Ja, we're getting old. Ja, genau. Und er hat die FSK 6 und auf IMDb eine Bewertung von 8,3 und einen Metascore von 69. Und von der Kategorie ist er Biografie, Comedy, Drama, Music. Also eine Dramedie. Eine Dramödie. Genau, eine musikalische Dramödie. Genau. Also kein Musical? Nein. Nein. Es kommt Musik drin vor, deswegen hat er auch den Golden Globe für Best Musical Comedy gewonnen, oder? Nein, nicht wegen dem. Weil er ist ja wirklich mehr... Ja, die Golden Globe-Kategorien habe ich noch nie verstanden. Ja. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Da ist es jetzt ein bisschen komisch, aber Hauptsache hat gewonnen. Ja. Weil zum Glück gibt es ja diese Zweifach-Nominierungen, also oder Kategorien, dass da auch dann Filme dann zum Beispiel gewinnen, wo vielleicht dann untergegangen werden oder vielleicht dann nicht gewonnen hätten. Und so ist es immer ganz gut, dass das aufgeteilt wird in Komödie und Drama. Ja. Genau. In dem Falle ist jetzt dann der Film mehr... Wahrscheinlich wegen dem Regisseur haben sie gedacht, oh mein Gott. Der ist ein... Das ist eine Komödie. Der ist lustig. Genau. Deswegen. Und wie schon erwähnt, Regie führt Peter Farrelly. Und wie auch schon erwähnt, Dumm und Dümmer, Alles erlaubt, nach sieben Tagen ausgeflittert, schwer verliebt. Da steht es sogar. Verrückt nach Mary. Drehbuch. Auch wieder Peter Farrelly, der Brian Hayes. Und jetzt kommt der Nick Valelonga. Und da haben wir jetzt extra nochmal nachgeschaut. Und zwar, das ist, sag du es nochmal. Das ist der Sohn vom Tony Lip. Genau. Der Haupt, also die Hauptfigur des Films, der auch mit... Nein, produziert hat er nicht. Ne, der ist schon gestorben. Aber der quasi... Also der Nick Valelonga ist der Sohn der Hauptfigur des Films und hat mit am Drehbuch geschrieben. Genau. Und dann habe ich noch ein bisschen nach Musik geschaut. Der hat mir jetzt gar nichts gesagt. Und ich fand es... Ja, dafür, dass der Film ja auch um einen Musiker geht, fand ich jetzt auch die Musik etwas... Die kam etwas so ein... Ja, das war ein Beiwerk. Bei, wirklich Beiwerk. Aber so Beiwerk, dass man es manchmal gar nicht fest so wahrgenommen hat. Das ist jetzt kein Musikfilm, wo man irgendwelche dramatischen, toll inszenierten Auftritte sieht, sondern man sieht eigentlich immer nur die letzten Takte der Auftritte. Ja, aber so der Score meinte ich jetzt. Ach so, der Score. Ja, der war sehr beiläufig. Ja, aber so habe ich ihn gehört. Ja. Fand ich eigentlich schade, weil es gab dann wirklich so ein paar Momente. Mhm. Naja, später mehr. Aber vor wem ist der? Habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ach so. Weil... Und kennt man nicht. Kennt man auch gar nicht. Und Kamera, das war dann, wo ich gedacht habe, okay, könnte man mal notieren. Das ist der Sean Porter. Der hat Green Room. Ah, wie passend. Ja. Und Girls Night Out. Jetzt, wenn er noch Green Hornet gemacht hätte, hätte er das perfekt gewählt. Nein, diesmal nicht. Er hat das einen Triple. Ja, genau. Wie nennt es den? Nee, ein Hedrick. Hedrick, genau. Genau. Der grüne Hedrick. Ja, und dann die Besetzung. Da habe ich jetzt aber auch nicht so viel aufgeschrieben. Den Hauptdarsteller nominiert und gewonnen für den Golden Globe. Und hat, genau. Der Viggo Mortensen ist der Tony Lip oder Tony Vallelonga. Vallelonga, ja. Genau. Und genannt wird er halt immer Lip. Und ja, wer kennt Viggo Mortensen nicht? Das ist Aragon aus Herr der Ringe und Captain Fantastic. Da war er auch schon für einen Oscar auch nominiert. The Road, Tödliche Versprechen, History of Violence, Hidalgo. Also wirklich ein Multitalent. Ein Multitalent, ein toller Schauspieler. Ein sehr wandlungsfähiger. Ja, da hat er ordentlich gemampft für den Film. Er mampft auch ordentlich während des Films. Ja, das kauft man ihm voll ab. Das war bestimmt toll. Ich weiß nicht, es ist momentan so in. Wir haben auch den Trailer gesehen zu Vice, dem Film über Dick Cheney. Ja. Und wo er Christian Bale auch so zugelegt hat. Ja. Auch mein lieber Herr Gesangsverein. Der ist ganz schön dick wieder. Aber ich habe dann auch gelesen, dass seine Ärzte gesagt haben, also nochmal darf er sowas nicht machen. Das ist sehr anstrengend für den Körper. Ja, natürlich. Dieses Ab- und Zunehmen. Und vor allem halt, einmal hat er ja nur noch sein Skelett gewogen. Also als er. Ist von Christian Bale. Ja, von Christian Bale, genau. Als er. Ja, für The Machinist. The Machinist, genau. Ja, der Zweite im Bunde von der Freundschaft, die hier erzählt wird, ist Marshala Ali. Und der ist auch ein wahnsinnig toller Schauspieler. Der spielt den Don, Dr. Don Shirley. Der mir jetzt nichts, also der sagte mir jetzt nichts, aber das ist wohl eine. Nein, ich glaube, das ist ein Virtuose, ein Pianist. Aber im klassischen Sinne. Ja, ja. Genau, also er hat klassische Musik, klassisches Klavier gespielt. Und Marshala Ali kennt man aus House of Cards, der seltsame Fall des Benjamin Button. Da konnte ich ihn jetzt irgendwie nicht zuordnen. Nee, aber der hat doch hier. True Detective spielte. True Detective und er hat doch bei dem, wie hieß der? Moonlight. Moonlight, genau. Und Hidden Figures. Hidden Figures, ja. Und die Tribute von Panem. Wo hat er denn da mitgespielt? Ja, keine Ahnung. Das zweite Grotenschwarze von Dings. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja, und dann habe ich noch die Frau von Tony, von Tony Lip. Das wird gespielt, die Dolores wird gespielt von Linda Cardellini. Cardellini. Kannte ich nicht. Also doch, vom Gesicht her kannte ich sie. Genau, und zwar hat sie schon mal eine Ehefrau gespielt. Und zwar in, jetzt bin ich mal gespannt, welchen Mann im zweiten, in Avengers, Age of Ultron. Age of Ultron. Ach, das ist die Frau vom Hawkeye. Mhm, genau. Stimmt, 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 stimmt. Und in Brokeback Mountain hat sie auch mitgespielt. Und Bloodline. Und The Founder. Und in Madman. Ja, und dann habe ich noch irgendwie einen von seinen, ich glaube, das war sein Cousin, oder? Ja, der war eigentlich ganz lustig, weil es ist ja wie immer bei, wenn es um italienische Familien geht, dann sind die immer sehr groß und sehr viele und auf einen Haufen. Und sehr laut. Und sehr laut, genau. Und irgendwie ist nur einer so ein bisschen, hat er sich rausgespielt aus der Masse. Das war dann der Sebastian Maniscalco und der spielt Johnny Venere. Und der hat bei Catch Me mitgespielt und Casino Undercover. Vom Sehen her, ja, kam er mir jetzt nicht so bekannt vor. Nee, mir auch nicht. Also die zwei bekanntesten Gesichter sind tatsächlich die beiden Hauptdarsteller. Ja, und mehr habe ich jetzt eigentlich noch nicht aufgeschrieben. Also es ist auch, ja, es ist ansonsten auch eine sehr, ich sage es ja häufiger, eine angenehme, unverbrauchte Darstellerriege. Es ist ja auch gut, wenn nicht bis in die letzte Nebenrolle irgendwelche Stars zu sehen sind. Ich meine, die zwei, die Hauptrollen spielen, die tragen das Ganze schon, also die können das locker schultern, überhaupt kein Problem. Und es wäre ja auch kein Raum, glaube ich, für die anderen Figuren. Das ist gar nicht da. Ja gut, dann lese ich mal den Pressetext vor, damit ihr wisst, um was geht. Der begnadete Pianist Dr. Don Shirley geht 1962 auf eine Konzerttournee von New York bis in die Südstaaten. Sein Fahrer ist der Italo-Amerikaner Tony Lipp, ein einfacher Mann aus der Arbeiterklasse, der seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und als Türsteher verdient. Der Gegensatz zwischen den beiden könnte nicht größer sein. Dennoch entwickelt sich eine enge Freundschaft. Gemeinsam durchschreiten sie eine Zeit, die von Gewalt und Rassentrennung, aber gleichzeitig viel Humor und wahrer Menschlichkeit geprägt ist. So müssen sie ihre Reise nach dem Negro Motorist Green Book planen, einem Reiseführer für afroamerikanische Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte und Restaurants auflistet, die auch schwarze Gäste bedienen. Ja, das ist eine tolle Beschreibung, finde ich. Ja, das ist jetzt eine gute Pressemitteilung. Hat auch gleich mal vorweg den Namen des Films erklärt, was ansonsten ja auch, also das spielt, muss man dazu sagen, spielt eine eher untergeordnete Rolle. Also dieses Green Book kommt natürlich vor, weil sie dann auf ihren Reisen, auf ihrer Tour natürlich hin und wieder einmal durchblättern. Aber es ist jetzt nicht, ja, es ist jetzt ein netter Name für den Film, aber ich glaube, das ist halt bezeichnend noch für das Thema des Films, würde ich sagen. Ja, wie war denn so deine Erwartungshaltung? Hattest du vorher, hatten wir Trailer gesehen? Ich hätte keinen gesehen. Nein, tatsächlich nicht, aber der Film ging jetzt so schleichend durch die Presse und immer wieder hat man davon nur Gutes gelesen. Und ja, und dementsprechend, also wie war meine Erwartungshaltung? Also ich habe mich auf den Film gefreut und ich, nachdem er jetzt dann auch so nominiert wurde, also gewonnen, ich sage immer nominiert, aber er hat ja gewonnen. Er ist für einen Oscar nominiert. Auch, ja. Ja, deswegen. Wahrscheinlich. Genau, und ja, also ich habe mich auf den Film gefreut. Und Erwartungshaltung, ja. Ja, ich muss dazu sagen, meine Erwartungshaltung war tatsächlich eher so in Richtung schwerfälligeres Rassismus-Drama. Und insofern war ich jetzt verhalten vorfreudig, weil das, ich weiß, also ich wusste aufgrund der Vorschusslorbeeren, dass mich ein guter Film erwarten würde, aber man muss halt, das Thema muss, es gibt so Themen oder Dramen im Speziellen, auf die muss man halt wirklich Lust haben. Oder, das heißt, auf ein Drama Lust haben, ist jetzt auch so ein blöder Ausdruck. Aber weißt du, was ich meine? Ich meine, ich weiß, was du meinst. Man muss in Stimmung sein, um ein Drama zu gucken. Genau. Und ich hatte mir, ich hatte tatsächlich mehr Drama erwartet und war dann halt positiv überrascht, weil, wie wir aus dem Kinosaal kamen, haben wir eigentlich eher gelächelt als geweint. Ja, ich meine, der Film gibt eh mehr Schmunzel- und Lachmomente her als Drama und das ist, ich glaube, das wird dem Film auch so ein bisschen vorgeworfen, dass er halt auch da schon dieses Rassismus-Thema ausspielt, aber halt die Schwerfälligkeit fehlt da oder die Schwere oder die Ernsthaftigkeit, weil es gibt zwar diese Momente, aber du siehst sie auch. Und man denkt sich so, ja, wie kann sowas sein? Aber es wird einem nie, ja, es wird nie so in your face. Also es gibt ja Filme, die das auch viel mehr dir zeigen und wo du wirklich so auch erschütterst, dann dran sitzt und dich auch so ein bisschen schämst für deine eigene Rasse. Und das macht der Film ja überhaupt nicht. Also der zeigt ja nur diese entstehende Freundschaft von den beiden und der Film lebt halt absolut von diesen beiden Hauptdarstellern. Ja, es ist kein, es ist kein hartes Rassismus-Drama. Also sowas wie Boston zum Beispiel, wenn du dich erinnerst. Ja, ja. Das ist halt schmerzhaft und fast schon bis zur Unerträglichkeit zum Angucken. Ja. Und eigentlich ist es, und du kennst mich da ja, ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der Nachrichten, die eh furchtbar sind, satirisch viel, viel besser vertragen kann, als wenn man die einfach mir nüchtern in der Tagesschau runterbetet, weil da kriege ich einfach einen Hass auf alles und jeden. Ja. Das sind halt so kleine emotionale Momente und die finde ich dann, wenn diese, wenn die Chemie passt und wenn die Balance passt, die sitzen dann aber auch. Ja. Und da hat man dann schon hin und wieder mal ein Kloß im Hals, obwohl man eigentlich, würde ich mal sagen, 80 Prozent am Schmunzeln ist. Ja, aber ein Kloß hatte ich jetzt nicht wirklich. Also da war ich dann vielleicht zu oft am Schmunzeln und das Schmunzeln hing noch so nach. Aber ich glaube, es gibt nur eine Szene in so einer Bar. Ja, es gibt, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber es gibt noch eine Szene, die mich echt, die mich echt berührt hat. Aber da können wir doch im Spoiler-Teil nochmal drüber sprechen. Ja, du hast ja schon erwähnt, die zwei Hauptdarsteller, die sind absolut grandios. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, dass die da spielen wieder. Also der Vigo Mortensen hat ja deutlich zugelegt. Meine Güte, und er trägt halt hier seine Wohlstandswampe zur Schau. Ja, das ist halt echt so. Ja, ich meine, ich würde ihn nicht mal fett nennen, aber er ist halt wirklich so ein Berg aus, ja, so ein italienischer Berg und mampfender Vater und was weiß ich was alles. Man nimmt ihm diesen Türsteher halt einfach ab. Ja, ja, ja. Und halt auch so ein bisschen so dieser Kleinganove, wo er ja ist, also wo er, glaube ich, auch nicht mal sein will. Also er sucht ja auch immer so ein bisschen, okay, wie weit kann ich jetzt gehen oder will ich da jetzt auch weitergehen, weil er kriegt ja auch das eine oder andere Angebot und das möchte er dann gar nicht machen, weil er hat halt auch Frauenfamilie und er ist halt ein Frauenfamilienmensch. Ja, er macht das großartig. Also er hat da vor allen Dingen auch, was mich so erstaunt hat, ich meine, gut, ich kenne jetzt nicht viele Italiener und ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob Italiener so sind, aber so stelle ich sie mir halt vor. Eigentlich auch ein bisschen rassistisch, oder? Aber so meiner Vorstellung nach hat er diesen Italiener sehr gut verkörpert. Also so mit dieser Mimik und dieser Gestik und mit dieser halt eher einfachen Sprache und auch sehr derben Sprache und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und dem hingegen steht ja dann der Mahershala Ali, der diesen Doktor Shirley einfach mit einer, ich weiß nicht, so einer grandiosen Erhabenheit und Zurückhaltung spielt und die könnten gegensätzlicher nicht sein. Ja, stimmt, ja. Ja, im Prinzip ja auch noch in drei Zeitebenen spielt und er spielt, ich sag mal, seine alter Ego in drei verschiedenen Alters, wie sag mal, in drei Epochen seines Lebens so unglaublich intensiv. Ich finde ihn großartig. Ich mag den total und sehr, sehr wandlungsfähig. Ja, wäre cool, wenn er auch den Oscar kriegen würde. Er hat ja schon einen. Ja, für Moonlight. Diesmal ist er als Nebendarsteller nominiert, oder? Ja, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, aber wer ist jetzt, eigentlich sollten sie beide für Hauptdarsteller, aber so ist dann immer so, dann können es beide werden. Also könnten beide einen kriegen auch. Also ich würde, also wenn man mich jetzt fragen würde, wer von, wenn ich es nicht wüsste, wer von den beiden die Hauptrolle hat, würde ich schon eher zu Viggo Mortensen tendieren. Ich finde, dass der Film ihm ein bisschen mehr Raum gibt, seine Figur ein bisschen mehr Hintergrund hat. Was aber gut passt, finde ich, weil jetzt so diese Unnahbarkeit, die quasi der Dr. Shirley da zur Schau trägt, einfach sehr, sehr gut passt. Und je mehr man jetzt da über sein Leben und seine Tragik und Dinge gewusst hätte, umso nahbarer wäre er geworden. Und so fühlt man dem nach, also quasi, dass sie sich halt erstmal so weit voneinander entfernt sind und sich dann doch irgendwie annähern, weil sie merken, wir sind beides nur Menschen. Und ich sage jetzt mal so, es ist jetzt, der Film ist jetzt nicht, ich fand jetzt nicht, dass da irgendwelche großartigen Überraschungen passieren. Es ist halt ein Roadtrip, es ist eine Tour in den Süden Amerikas, wo der Rassismus noch ganz, ganz tief verwurzelt ist. Jeder, der so ein bisschen amerikanische Geschichte weiß ja von den, von den Unabhängigkeitskriegen und den Südstaaten, in denen die Sklaverei ja erlaubt war und in den Nordstaaten halt nicht. Und ja, und dann wurde es halt abgeschafft, aber nicht in den Köpfen der Menschen da. Heute noch nicht. Bis heute noch nicht so richtig. Und ja, sie machen diesen Roadtrip, diesen Tour, wo er mit seinem Trio da auftritt und sie stoßen halt immer wieder auf Vorurteile und auf Rassismus im Alltag. Und es wird natürlich immer schlimmer, je weiter sie da runterkommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche großartigen, wirklich dramatischen Ereignisse stattfinden würden. Sondern so vom Erzähltempo plätschert der Film eigentlich angenehm vor sich hin. Ja, aber so, so unlangweilig lang. Ja, so leicht. So leicht, ja. Also es ist wirklich, so wie du gesagt hast, also ja, der Film haut einem jetzt nicht vom Hocker, aber das will er auch gar nicht. Der wird jetzt einfach nur diese Geschichte erzählen und das macht er halt wirklich auf eine sehr ruhige und, und. Leichtfüßige. Ja, leichtfüßige Weise. Und es ist halt einfach schön, die zwei Männer da zu beobachten, wie sie halt da zueinander finden. Weil der Toni Lipp ist ja am Anfang auch, also ein Rassist, ja, ist er. Und das hat ihn dann auch erstmal Überwindung gekostet. Aber was macht man nicht alles für Geld? Ja, genau. Dann fährt er ihn jetzt halt da für Geld durch die Gegend und dann lernen sie sich halt kennen und, ja. Ja, und es entsteht tatsächlich eine Freundschaft, ja. Und das, ja, es ist so dieser Annäherungsprozess zwischen den beiden. Es ist einfach eine Augenweide, dem beiden zuzusehen. Weil das sind einfach großartige Schauspieler, denen man auch noch ein anständiges Drehbuch gegeben hat. Die Dialoge sind toll. Und, ja, es kommt halt, es kommen auch Szenen ohne viele Worte aus. Und das finde ich halt so großartig. Und das, ich finde halt auch, dass natürlich, der Film thematisiert das auch, dass Rassismus halt nicht nur in eine Richtung schwingt, ja, sondern natürlich auch der Dr. Shirley Vorurteile ihm gegenüber hat. Und dass Vorurteile halt nicht sind, was jetzt nur Weiße und Schwarzen gegenüber haben. Sondern, dass das halt weit verbreitet ist. Und insofern müssen sich beide Männer da mal über ihren Schatten springen. Und, ja, weil sie jetzt schon auf Gedeih und Verderb zusammen in diesem Auto festsitzen. Ja, vor allem halt, wie der Dr. Shirley dann halt auch von seinen eigenen Leuten halt wahrgenommen wird. Das wird ja dann auch noch gezeigt. Ja, weil er ist ja im Prinzip, ist er halt so ein Alien. Also er ist halt ein erfolgreicher Pianist, ein schwarzer erfolgreicher Pianist, der sich von einem Weißen kutschieren lässt, der jetzt in den Süden fährt, wo die Rollen halt noch eher klassisch umgedreht sind. Das sieht man dann ja auch. Und es gibt so Szenen, die halt schon hervorheben, dass er so im Prinzip halt zwischen zwei Welten lebt als Person, ja. Mit dem er ja auch nicht immer glücklich ist. Ja, was soll ich sagen? Also ich glaube, das ist jetzt halt sicher kein Effektgewitter und irgendwie kein Bombastkino, sondern es ist ein wirklich toll geschriebenes, wahnsinnig gut gespieltes, solide inszeniertes Drama, eine Dramödie, mehr Mödie als Drama. Und ja, für mich ist es also eine dicke Empfehlung für Leute, die halt auf sowas stehen. Also die sich auch mal einen etwas ruhigeren Film angucken wollen im Kino. Tja. Und wie ist dein Fazit? Ja, dasselbe. Dasselbe? Ja. Sind wir heute so einer Meinung? Ja, absolut. Also, weil, ich weiß nicht, also wenn du nach dem Film nicht irgendwie Harmonie verströmend aus allen Poren da in die Welt hinausläufst, dann weiß ich aber auch nicht. Weil, also da kommst du ja aus Glücksberg, neu geboren wird er da raus. Ja, vor allem, weil er halt auch. Ja, weil er halt, er macht einem auch ein gutes Gefühl und das ist halt, ja, dass halt einfach Freundschaft oder das Kennenlernen von anderen Menschen und auch das Akzeptieren des anderen halt letztendlich dann halt wirklich diese Welt besser halt macht. Und ja, das ist auch echt ein schöner Schluss auch. Ja. Ja, im Gegensatz fiel mir jetzt gerade so ein. Letzter Film, der das Thema erfolgreich aufgegriffen hat, war ja Black Clansman. Und der hat alles andere als ein Wohlfühlende. Und das darf es wohl auch geben, natürlich Filme, die dich am Ende so auffüllen, dass du lange drüber nachdenkst. Aber natürlich sind wir Filme, die einem mit einem guten Gefühl entlassen, es ist schon ein bisschen lieber. Ja, und ich muss auch sagen, jetzt im Vergleich mit Black Clansman, also da hat mich jetzt der Film weitaus mehr berührt. Und es ist halt einfach so, dass außer dem Adam Driver der Black Clansman einfach keine guten Schauspieler hat. Und der Sohnemann vom Denzel Washington, also außer Schmollmund ziehen, ist da halt nichts. Und ich fand einfach die Darstellung, ich fand auch für den Anspruch, den wiederum Black Clansman hat, war das, was mir da präsentiert worden ist, war dann einfach wieder zu wenig. Und ich glaube, den Anspruch, den jetzt der Peter Föhrl hatte, nämlich einfach eine schöne Geschichte zu erzählen. Also vielleicht irre ich mich auch, vielleicht wollte er ja auch was wie Black Clansman machen und ist jetzt völlig in die Hose gegangen. Aber da ist jetzt einfach eine schöne Geschichte erzählt worden. Und da muss halt jeder auch mal selber irgendwie so ein bisschen mitdenken, ob er das jetzt gut findet, was da jetzt passiert oder auch nicht. Das ist halt dem Zuschauer auch überlassen. Also da wird jetzt, deswegen sind diese Szenen auch nicht so in your face, so quasi so mit dem Holzhammer so da, Rassismus, Boing, Rassismus. Und deswegen ist das auch so leichtfüßig. Und ich weiß es nicht, der Spike Lieder bekommt jetzt auch Al-Futz irgendwelche Preise, wo ich mir dann denke so, warum, warum? Weil dieser Film einfach, ich finde den einfach nicht gut. Und den will ich auch ums Verrecken nicht nochmal sehen. Ich finde halt, Black Clansman hat etwas gefehlt, von dem es hier im Überfluss gibt. Und das ist das Herz, also Emotionen. Und ich finde, Black Clansman hatte keine Sympathieträger für mich. Also ich konnte damit niemanden groß lachen oder weinen. Wohingegen ich jetzt mit den beiden Hauptfiguren einfach total mitgehen konnte. Das war so eine schöne, eben herzerwärmende Beziehung zwischen den beiden. Und auch ein nachvollziehbarer Weg, den die beiden da gegangen sind. Jetzt nicht nur, du weißt ja, nicht nur geografisch, sondern halt auch emotional. Also das, ja, insofern, wer Black Clansman gut fand, und es gibt Leute da draußen, die ihn gut fanden, wir fanden ihn halt nicht so gut, der wird wahrscheinlich mit dem Film hier auch seine Freude haben. Weil ich finde sogar, wir finden, dass der mit deutlich mehr Herz daherkommt und deutlich mehr Emotionen transportieren kann. Und für uns, ich spreche glaube ich für uns beide, ist das eigentlich das, was einen Film ausmacht. Es ist vollkommen egal, was er thematisieren will. Ich will immer ein bisschen bei den Figuren sein. Es gibt schon so Style of a Substance Filme, die ich mir angucke, weil sie geil aussehen. Das kommt immer darauf an, was der Film mir jetzt transportieren will. Und wenn mir ein Film so ein ernstes Thema näher bringen will, dann hätte ich eigentlich schon gerne Figuren, mit denen ich mitgehen kann. Und davon liefert... Ja, aber ich glaube, das wird auch immer so ein bisschen vergessen. Das merkt man immer wieder. Und vor allem halt, wenn man viele Serien guckt und halt auch wirklich jetzt nicht diese, was weiß ich, was da hauptsächlich da im RTL, da mittags, dann im Fernsehen, also wirklich, ich rede von richtigen Serien, weil alles andere hat den Namen einfach nicht verdient. Und da geht es ja auch immer um Storytelling und Figuren, die einem halt näher gebracht werden. Und wenn du das einfach mal gewohnt bist und dann halt das bei einem Film dann halt so kläglich vernachlässigt wird, dann hat er einfach nicht nur einen Abzug in der A, sondern auch einfach eine B-Note. Und das ist halt, ja, das ist so wichtig, weil im Prinzip ist ja eigentlich schon alles erzählt. Aber es sind ja immer, alles lebt immer von den Figuren und das ist das, was das Wichtigste ist. Also vergesst nicht, wenn ihr Drehbücher schreibt. Tja, das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Also für alle, die Lust auf eine leichtfüßige, sehr, sehr lustige Dramödie haben und auf tolles Schauspiel, guckt euch Green Book an. Ja. Und für alle, die ihn schon gesehen haben oder sagen, nö, ich habe keinen Bock drauf, ich werde ihn sowieso nie gucken, was schade wäre. Ihr seid doof. Ihr seid doof. Dann bleibt dran, wir machen jetzt unseren Spoiler-Alarm und unterhalten uns noch über ein paar Details. Achtung. Ja. Gab es denn irgendwelche Szenen, die dir ganz besonders gut gefallen haben? Du hast deine angesprochen, in dieser Bar hattest du vor dem Spoiler-Teil. Ja, aber das war jetzt nicht die, wo mir besonders gut gefallen hat. Das war, glaube ich, die, wo mich, ja, also das ist, da siehst du wirklich den Ernst der Lage, weil er halt einfach, der Dr. Shirley hat halt in seiner schwarzen Unterkunft, hat er halt irgendwie noch Lust, irgendwie nochmal was zu trinken und geht halt in eine Bar und da sind dann halt nur Weiße und die benutzen ihn halt quasi wie so eine Strohpuppe und machen halt mit ihm, was sie wollen und das ist halt, glaube ich, so die Szene gewesen, wo du einfach merkst, okay, hoppla, jetzt sind wir hier im Rassismusland, jetzt wird es ernst und mehr hat es dann aber auch nicht gebraucht, weil die sind ja jetzt dann auch weitergereist und die sind ja jetzt auch nicht von einer, ich schlag dich jetzt tot, Szene in die nächste, also es gibt dann noch eine, wo dann so, wo er von der Polizei halt auch, nee, es gibt sogar nochmal, also es gibt zwei mit Polizisten und Wo sie ihn da einsperren. Wo sie ihn einsperren und dann, wo sie ihn dann auch festhalten in diesem Bad, wo er dann, wo dann irgendwie so ein bisschen Angedeutet wird. Dass er homosexuell ist, was dann aber auch irgendwie gar kein Thema mehr ist, aber ja, ist ja auch, ist ja auch, fand ich jetzt nicht schlimm, weil das ist jetzt, glaube ich, nicht sein Hauptproblem, dass er homosexuell ist. Es ist ja, dass er schwarz ist. Aber was, was denkst du, war das, also weil ich mir immer so gedacht habe, man, der kommt ja aus dem Norden und der Norden ist da sehr liberal und war das Naivität oder war das Provokation, was er da gemacht hat? Vielleicht so ein Stück aus beidem. Oder Stolz oder, 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 weil es ist ja schon leichtsinnig, was er zum Teil macht, ja, also wenn er halt sagt, er geht jetzt in eine Bar, war er da einfach schon so betrunken oder? Ja, es kann auch sein, aber vielleicht ist das einfach so dieses, ja, wahrscheinlich wird mir das hier passieren, also muss es auch passieren. Aber ist das so sein Stolz oder, oder warum macht er, also ich habe manchmal nicht so ganz verstanden, äh, also ob das, weil er so bewusst in dieser Situation dann auch. Ja, ob das halt, ob es gerade jetzt bei der, bei dieser Bar-Geschichte, ob das jetzt einfach, war es Naivität, war es Trotz, war es Stolz, äh, er hat sich ja offensichtlich unter seinesgleichen in diesem Motel nicht wohl gefühlt. Ja, weil die halt, da ging es jetzt nicht mehr um die Hautfarbe, das war halt einfach, das waren, ja, waren halt einfache Menschen und er ist halt ein hochgebildeter, ein hochgebildetes Genie, der hat, ist Doktor der Psychologie, Doktor der Musik und was der Geier was und der hat sich da halt einfach, der wollte halt jetzt da nicht die, ähm, was haben die da gespielt mit den, ähm. Ja, mit den Hufeisen. Hufeisen, genau. Das hat er jetzt halt einfach keinen Bock drauf gehabt und dann hat er gesagt, okay, dann muss ich jetzt weg. Ähm, ja, ich glaube, da hat so ein bisschen der Alkohol mitgespielt und manchmal hat er, vielleicht hat er das einfach so ein bisschen als Kick gebraucht, weil jetzt da mit dem einen, äh, in dem Bad dann festgenommen zu werden und ich meine, das wird auch nur so ein bisschen, ja, es wird eigentlich gar nicht viel erzählt. Ja, es ist irgendwie so ein öffentliches Sauna. Ja, und da ist es wohl irgendwie erwischt worden. Ja, was er mit einem rumgemacht hat. Oder auch nicht, weil es wird darüber gar nicht mehr gesprochen. Ja, ich, ja, gut, ich glaube schon. Also das von den Andeutungen her, weil doch der Viggo Mortensen dann auch zu ihm sagt, naja, er ist ja schon seit längerem in den Clubs tätig und er weiß, dass es sonderbar, also sonderbare Dinge passieren. Also er hat es halt mit Humor genommen. Ihm war es egal, ihm war es tatsächlich egal. Ja, ihm war es wirklich egal, ja. Also der... Er hat das überhaupt gar nicht thematisiert. Ja, genau. Ja. Ja, ich weiß nicht, warum er das immer gemacht hat. Also vielleicht wirklich Leichtsinn. Ja, und er ist halt auch ein zutiefst einsamer Mensch. Ja. Und das war übrigens meine Lieblingsszene, die, wo sie aus dem Auto ausstiegen, wo... Ganz zum Schluss. Ja, wo sie sich halt, wo so ein Streit entbrennt, weil der Tony Lepp halt behauptet, er wäre schwärzer als er, als der Doc, weil er halt auch keine schwarzen Musiker kennt und daraufhin steigt er halt aus. Und dann hat er so einen Emotionsausbruch, wo er halt dann sagt, naja, ich bin weder Fisch noch Fleisch. Ja, ja, stimmt. Und er ist kein Schwarzer und er ist kein Weißer und was ist er dann, ne? Ja. Und das fand ich sehr traurig. Also das war so ein Moment, wo es der mir echt ans Herz ging, weil... Ja, weil er tatsächlich halt so eine verlorene Seele war, der einfach... Ich glaube auch, dass... Ich sag mal, auch in der weißen Arbeiterklasse wäre so jemand herausgestochen, selbst wenn er weiß wäre, weil er einfach unglaublich intelligent ist. Ja, das ist so ein typischer Nerd, der es wahrscheinlich sowieso schwer im Leben hätte, egal welche Hautfarbe er hat und da kommt er noch dazu, dass er schwarz ist und somit wird er von den Weißen nicht akzeptiert und er wird halt nur zur Unterhaltung engagiert, er sagt das ja auch und von den Schwarzen wird er auch komisch angeguckt, weil, ja, er nicht zu ihnen gehört. Ja, das ist ja, ich meine im Prinzip, das kann ja jedem passieren. Also das, es gibt halt einfach Menschen, die passen halt in keine Schubladen und wollen nicht, können nicht und das ist auch immer schwierig, weil es ist... Der Mensch braucht die Schubladen, um zu wissen, was vor einem sitzt und, ja, das ist für viele einfach dann zu unheimlich. Aber meine Lieblingsszenen waren eigentlich immer die, wenn Viggo Mortensen gegessen hat. Weil das war wirklich ein... Wie ein Schwein. Ja, nein. Ja, aber schon sehr... Ja, ja, schon sehr, also, ja, mit dem Herz, er hat wirklich mit dem Herzen gegessen und wenn dann halt, und er war die ganze Zeit eigentlich immer am Essen und deswegen auch seine Figur wahrscheinlich und das fand ich einmal ganz cool, weil dann auf der Reise, da siehst du ihn dann halt auf seinem Bett sitzen mit einer riesigen Pizzaschachtel und der klappt halt die Pizza zusammen wie so ein... Wie Kalzone. Ja, wie so eine Kalzone oder wie so ein Sandwich und dann schiebt er sich das halt rein und denkst so, mein Gott, hey, wie schön. Ja, der ist echt leidenschaftlich. Ja, das war schon voll. Der ist immer am Essen und am Rauchen. Ja, und gleichzeitig. Ja, und gleichzeitig. Genau, weil damals hat man das noch gleichzeitig gemacht. Damals war Rauchen noch nicht gesundheitsschädlich. Ja, ja, und man hat es zum Essen gemacht, also das war einer der Hauptgänge quasi. Ja. Ja, aber ich fand, was mir auch gut gefallen hat, war halt auch, wie sie ihn eingeführt haben, den Doktor. Dr. Shirley, weil er hat ja schon sehr viel Raum bekommen, also man hat halt ihn gesehen, wie er in diesem Club arbeitet, hat schon gemerkt, okay, was ist das für ein Holz, dass der geschnitzt ist. Er, ich sage jetzt mal, er bedient sich ja eines kleinen Tricks, nimmt in Kauf, dass der Club im Prinzip dicht gemacht wird, um daraus dann selber einen Vorteil zu schlagen, weil da halt jemandem gefallen tut, vermeidlich. Und ja, man sieht, er kann halt auch zupacken, wenn es sein muss und dann kommt er halt nach Hause und dann kommt ja diese Szene mit den Schwarzen. Also er wird schon ziemlich gut charakterisiert und dann trifft man, so wie er auch, vollkommen überraschend, auf diese schillernde, vollkommen nicht von dieser Weltfigur, die halt tatsächlich mit irgendwie so afrikanischem Gewand auf so einem komischen Holztron mit Elefantenzähnen Das ist schon, also vor allem halt, diese Wohnung, die er ja hat, das ist ja keine Wohnung. Das ist ja Palast. Also du wohnst, da wohnt man ja nicht, also das ist ein Museum, weil ja auch, das ist ja vollgestellt mit irgendwelchen Vasen und Schätzen und das ist dann halt auch, das was man am Anfang sieht, ist dann halt auch gegen Ende und dann steht er ja auch mit, in seiner Wohnung nach der Reise und ich glaube, das muss ich, und das habe ich irgendwie auch ein bisschen gespürt, das hat sich sehr kalt angespült. Sehr einsam. Sehr einsam, das Ganze und deswegen. Also er ist dann wieder inmitten seines Pommes und inmitten seines Museums, seine Statuen und Trophäen und. Und dann ist er ja nochmal zurück und das war dann wirklich schön. Ja. Also vor allem, vor allem, das fand ich dann, ja das war so, weil es dann geklopft hat und dann kamen dann nur die zwei Pfandleier mit Frau und. Dachtest du schon, oh. Dachtest du, ja, aber irgendwie wusste ich, dass er kommt und das war genauso, wie ich auch wusste, dass er ihn nach Hause fährt, weil er dann so, ja wir suchen uns jetzt ein Hotel und so und er so, nein, wir wollen uns nach Hause, ja aber ich kann nicht mehr fahren und dann, kurz Zeit später, siehst du halt. Ja, sicher, es ist jetzt, er bietet jetzt keine großartigen Überraschungen. Nein, gar nicht, aber das ist auch, muss er ja auch gar nicht, also weil, also der Film hat mich jetzt in keiner, keinster Weise enttäuscht, also. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht und ich werde ja immer so als kritisch verschrien. Also ich muss, ich habe es ja im spoilerfreien Teil schon gesagt, dass ich mehr als positiv überrascht war, dass es eben kein schwerfälliges Drama war, sondern wirklich eine leichtfüßige, sehr herzliche, sehr lustige und ich musste wirklich, ich musste nicht, paar Mal nicht nur schmunzeln, sondern wirklich laut lachen, weil teilweise ein paar sehr groteske Situationen halt entstehen und auch so diese Welten, die da aufeinanderprallen, diese einfache Arbeiter und er einfach zwar Dialoge, wo, also super war ja auch diese Geschichte, wo er ihm nahelegen wollte, eine etwas, also seinen Umgangston zu ändern, weil er doch jetzt mit ihm auf Tour und er wird ja, er ist ja der Stargast und dann wird er mit ihm und dann hat er sich halt so tierisch drüber aufgeregt, also wenn einer seinen Namen nicht aussprechen kann. Ja, das stimmt aber auch. Oder mit ihm als Personenprobleme, dann bleibt er lieber draußen. Genau. Aber es schafft auch keiner seinen Namen und Valle Longa, das ist doch echt jetzt ein leichter Ja, für Amerikaner glaube ich, das ist schwieriger. Ja, das ist halt wieder das. Ja und dann, je weiter sie halt in den Süden kommen, umso rassistischer werden dann auch die Gastgeber. Mhm. Das ist halt schon krass, ne, wie die schicken ihn da halt, da lassen die nicht aufs Klo gehen. Ja, das ist echt, also das kann ich nicht, also kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also das sind so Sachen, wo ich denke, wow, wie, vor allem die machen das mit, die sagen das ja auch mit einer Selbstverständlichkeit so. Ja, das ist halt so. Ja, wo wollen sie denn eigentlich hin? Ja, ich muss aufs Klo. Ja, da draußen, das Blummsklo. Ja. Ach so, ja und, ne, ne, das ist so, also, ja. Und dann so, ja, ne, da gehe ich nicht hin. Ja, dann, dann müssen sie, wie haben Sie gesagt, ja, dann gehe ich lieber. Dann muss ich, dann muss ich zurück ins Motel. Dann warten wir auf sie. Ja, genau, dann warten wir auf sie. Genau, 40 Minuten. Vor uns hin, oder? Ja, nur wegen einem Strullerchen. Und der andere möchte halt einfach nicht in den Wald pinkeln. Nur die Tiere pinkeln in den Wald. Genau. Ja, das war schon. Ja, ja, aber wie gesagt, das Ende war auch, war dann auch sehr, sehr schön, weil, weil, weil er dann, ja, weil, weil da nicht nur er ihn quasi willkommen heißt, sondern auch seine Frau, die er wusste, dass er ihr geholfen hat beim Briefeschreiben. Genau, weil das ist nämlich auch noch so eins für, das sorgt auch noch für ein paar Schmunzler und Lacher, 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 und zwar, weil seine Frau zu ihm sagt, schreib mir doch Briefe und das ist doch günstiger, als wenn er mich immer anruft. Deswegen, ich kann das nicht. Und ich kann, das ist doch peinlich, weil ein Mann zu der Zeit hat halt keine Briefe geschrieben, weil das ist viel zu weibisch. Und dann schreibt er halt, und dann, mir geht's gut, wie geht's dir? Das war der Erste. Ja, genau. Und das war halt einfach so, sehr, so einfach geschrieben, wie so ein Fünfjähriger. Und, ja, und er hilft ihm dann halt, nachdem er dann weiß, was er da immer schreibt, weil er hat dann gemeint, so, ja, der Brief sieht eher aus wie ein Erpresserbrief, als wie ein Liebesbrief, weil er halt andauernd irgendwas durchstreicht. Und dann hilft er ihm halt beim Briefschreiben und dann ist das halt echt immer so voll das Highlight, weil dann die ganzen Frauen aus der Nachbarschaft natürlich dann auch immer die Briefe wollen sie dann hören und sind dann total begeistert, weil das so romantisch ist. Ja, und ich glaube, ab da entsteht die Freundschaft, ab dem Moment, wo er ihnen hilft, bei den Briefschreiben. Ja, und das sind halt immer wieder so kleine Szenen, wo sie halt während der Autofahrt oder so, wo sie sich halt austauschen und wo sie halt einander besser kennenlernen. Also auch die Szene mit diesem Kentucky Fried Chicken, das war ja auch gut. War auch gut, ja. Ja, aber austauschen ist ja eigentlich, weil das fand ich dann auch lustig, weil der Tony halt in einer Tour labert, also den kannst du ja gar nicht abstellen und er dann sagt, ja, können wir jetzt etwas Ruhe einkehren lassen? Ja. Und dann ist es ja lustig, dass sie es erwähnt. Meine Frau sagt auch immer, ich soll Ruhe einkehren oder wie irgendwas. Ja, ja, und labert halt und labert. Und erzählt und erzählt weiter und das ist halt nicht mehr im Ansatz das, was er eigentlich wollte, weil er wollte jetzt einfach mal seine Ruhe haben. und das ist so großartig. Naja, war wirklich schön. Ja. Ja, dann glaube ich, sind wir durch. Ja. Kurz und bündig. Ich wüsste jetzt nicht, was ich über diesen Film noch großartig sagen sollte, außer dass er mir halt einfach wahnsinnig gut gefallen hat. Ja. Dass ich froh bin, dass du mich überredet hast, wieder ins Kino zu gehen. Ja. Ich weiß auch schon den nächsten Film. Ja. Weil ich glaube, der läuft ja glaube ich nächste Woche an. Da sind wir ja schon bei uns im Ausblick. Achso, ja, genau. Achso, du musst ja schnell. Ja, ja, habe ich schon. Genau, hast du schon. Ich würde gerne Weiß sehen. Ja, Weiß würde ich auch gerne sehen. Läuft ja schon. Ich glaube, nächste Woche läuft ja. Ja, aber nächsten Sonntag haben wir schon was vor. Dann schauen wir den eine Woche später. Ja. Und zwar, weil das halt einfach, genau, weil der läuft am 21. Februar an. Weil wir haben jetzt da wieder den Trailer gesehen und. Der macht uns ziemlich an. Ja, also vor allem Sam Rockwell als George Bush. Ja, ja. Oh mein Gott. Voll geil. Also voll geil. Sam Rockwell hat sowieso einen Stein im Brett. Haha. Ja. Der, der ist großartig. Ich liebe diesen Mann. Also er ist ein großartiger Schauspieler. Ja. Und der hat sich in den letzten Jahrzehnten einfach unglaublich gewandelt. Und ist so zu so einem großartigen Schauspieler gemutiert. Ja, der ist super. Ja, ja. Ja, ich mag den auch. Ja, und halt Christian Bale als Dick Cheney. Ja. Und das ist, ich glaube. Steve Carell spielt auch wieder mit. Ja, und ich meine, das ist auch von denselben Leuten, die The Big Short gemacht haben. Ja, als Frumsfeld. Die The Big Short gemacht haben und das war ja schon ein großartiger Ensemble. Die Eminem spielt auch wieder mit. Nee, doch. Doch, als seine Frau. Großartig. Wir freuen uns drauf. Ja. Das wird wahrscheinlich unser nächster Kinobesuch, aber wir versprechen nichts. Doch. Was? Doch. Nein, wir versprechen nichts mehr. Nein, doch. Wir wollen wahrscheinlich diesen Film gucken. Haben wir denn noch, wir haben ja letztes Mal eine sehr, sehr ausführliche Serien-Eintopf gemacht. Haben wir denn noch eine Serien-Empfehlung? Weil normalerweise würden wir an der Stelle immer eine Serien-Empfehlung aussprechen. Ja, was haben wir denn geschaut? Achso, wir haben The Punisher geschaut. Wir haben The Punisher geschaut. Wir haben, nee, This Is Us ist eigentlich das, was wir zuletzt geguckt haben. Das stimmt, ja. Aber die haben wir ja schon so oft empfohlen. Ja. Jetzt auf Amazon Prime zu haben, die zweite Staffel von This Is Us. Oh mein Gott. Eine Serie, die uns regelmäßig zum Taschentuch greifen lässt. Ja. Weil es einfach, also das ist wirklich Dramödie auf höchster Ebene. Ja, wunderbar. Also eine wundervolle, wundervolle, herzerwärmende, traurige, bittersüße Serie. Ja, und, oh mein Gott, ich habe in einer Folge, ich glaube, ich habe das nur durchgeheult. Also, ja, und das ist, ja, ich darf nicht so viel sagen. Nee, es ist eine ganz, also glaubt uns, dass, wenn, 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 wenn ihr, ja, also wenn ihr jetzt irgendwelche eiskalten Eisblöcke seid, die keine Emotionen haben, dann ist es nichts Dann müsst ihr das erst recht anschauen. Dann werdet ihr aufgeweicht. Aber ansonsten, wen diese Serie nicht berührt, ist vermutlich ein Eisblock. Nein, der ist schon tot. Der ist schon tot. Der ist schon tot. Das geht's nicht, weiß ich nicht. Also, aber ich kann verstehen, dass manche das dann bewusst nicht anschauen möchten, weil es macht halt definitiv was. Ja, mit einem. Mit einem. Ja, ansonsten gucken wir gerade, machen wir unseren, unseren zweiten Durchlauf Game of Thrones. Also, wir haben uns vorgenommen bis zum, bis zur Ausstrahlung der achten und finalen Staffel im April, die ersten sieben nochmal durchzugucken. Da sind wir gerade auf gutem Wege. Babyschritte. Babyschritte. Es ist immer noch eine großartige Serie. Absolut. Krass, wie alt. Also, das sind jetzt schon über sieben Jahre, die Serie schon am Buckel hat, aber sie ist gut gealtert. Sie ist gut und ich glaube, mittlerweile hat auch jeder erkannt, was für eine großartige Serie es ist, weil ich die letzten Jahre immer wieder erzählt habe und jetzt kann ich nicht schauen, nicht immer gehen. Und irgendwie schaut es jetzt doch jeder und irgendwie sagt jeder, wow, was für eine tolle Serie und Entschuldigung mal, ja, es ist eine tolle Serie. Ja, aber selbst in der ersten Staffel, wo sie jetzt auch vielleicht noch nicht so das Megabudget hatten, wie sie jetzt in den letzten bekommen haben, weil der Erfolg ja noch nicht so in der Aussicht stand, wusste man ja nicht, merkt man halt, dass die Serie halt jetzt mitnichten von irgendwelchen fliegenden Drachen lebt, sondern die lebt eigentlich von diesen großartigen Dialogen und diesen perfekt gecasteten Schauspielern. Und das merkt man halt jetzt in der ersten Staffel, wenn man die guckt und denkt man sich erst mal, oh, wie jung die alle sind. Und in zwei Momenten denkst du ja, verdammt, war das wieder ein geiler Dialog. Ja, die sind so auf den Punkt geschrieben, ohne zu viel drumherum, sondern das ist also Wahnsinn. Also ich mag diese Serie einfach, ja, allein wegen der Dialoge könnte ich die ständig gucken. Ja, ich meine, es gibt schon ein paar so, im Laufe der sieben Jahre gab es hin und wieder mal schon so eine Folge, wo du sagst, ne, ja, ne. Aber das ist, ich glaube, im Großen und Ganzen wir das so selten so eine Serie finden, die über die Jahre ihr Niveau so hochgehalten hat und vor allem am Ende so aufgedreht hat wie jetzt in der siebten Staffel. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, wir sind sehr gespannt. Ja, wir freuen uns auf die Achte. Also für alle zwei Leute da draußen, die Game of Thrones noch nicht gesehen haben, jetzt ist die Chance, es sind sieben Staffeln häufig zu erhalten. Auf Sky kann man sie gucken. Also guckt euch die an, bevor die Achte kommt und wieder jeder drüber spricht. Genau, aber jetzt letzte Chance. Die letzte Chance. Last Call. Last Call. Ja, dann bedanken wir uns wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, der kann seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Neuerdings auf Instagram. Yeah. Er kann diese oder jede andere Folge kommentieren. Und seine Nachricht schreiben. Uns auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Oder über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens. Und natürlich auf kat.exklamatio.de Mein Gott, wir haben noch nicht mal die Stunde voll. Aber fast. Da ist fast. Wollen wir uns die Minuten lang? Qualität misst sich nicht an der Dauer. Das stimmt. Ganz genau. Na dann, dann bleibt uns gewogen. Habt eine schöne Zeit. Und wenn es gut läuft, hören wir uns zu weiß. Wenn nicht, ein andermal. Genau. Guten Start in die Woche. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.